Die Prüfung – Pinkelnot im Klassenraum An diesem Tag übernimmt Herr Jensen die Vertretung für einen Kollegen. Fatalerweise war er vorher nicht mehr zur Toilette, was sich inmitten der dreistündigen Matheklausur bitter rächt. Kurz zum Klo zu verschwinden ist keine Option. So muss der Lehrer die Qual ertragen, bis es mit der ersehnten Erlösung vor Augen unmöglich wird. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage